Wir schauen uns die Masse hier von Doppelsternen an. Das ist im Buch auf der Seite 126. Also wir sitzen auf der Erde, haben zwei Doppelsterne, die umkreisen sich um einen gemeinsamen Schwerpunkt. Der ist natürlich ein bisschen näher an dem schwereren Stern. Meistens sehen wir das nicht als zwei Sterne, meistens sehen wir nur einen einzigen Stern. Und was wir dann anschauen, sind hier die Fraunhofer-Linien. Also wenn die sich bewegen, dann habe ich ja auf der Bewegung hin zur Erde eine leichte Blauverschiebung und auf der Bewegung weg von der Erde eine leichte Rotverschiebung. Das heißt, die Fraunhofer-Linien, die zu dem einen Stern gehören, die verschieben sich jetzt, das verschiebt sich manchmal auch rot. Also es gibt Linien, die sich jetzt ein bisschen rot verschieben und es gibt Linien, die sich ein bisschen blau verschieben und dann weiß ich, welche Linie gehört zu welchem Stern. Und kann diese Beobachtung, kann diese Umkreisung beobachten. Aus dem Doppler. Die Doppler-Formel, die lautet Delta Lambda zu Lambda Null gleich Plus oder Minus V durch C. Also aus diesem Doppler kann ich die Geschwindigkeiten bestimmen. Und zwar V A, wenn das der A-Stern ist und V B, wenn das der B-Stern ist. Ja, ein bisschen größer. Ich schaue mal die Fraunhofer-Linien an und habe schon mal die Geschwindigkeiten. Gut. Das ist das eine. Das zweite ist, es gilt der Schwerpunkt. So, das ist hier. Also ich mache das nochmal größer. Ich habe hier diese zwei Sterne. So, einen großen und einen kleinen. Und irgendwo hier ist der Schwerpunkt. Schwerpunkt der A-Stern, der B-Stern. Das hier. A, A und A, B sind die Abstände. Und dann gilt M, die Masse vom A-Stern mal der Abstand zum Drehpunkt gleich Masse vom B-Stern mal der Abstand zum Drehpunkt. Und das muss wirklich jeder wissen, weil es die gleiche Formel ist, wenn am Spielplatz jemand wippt. Ja, der Vater muss näher am Drehpunkt sitzen wie das leichtere Kind. Ja, Masse mal Hebelarm gleich Masse mal Hebelarm. Also hier, das ist Allgemeinwissen. Ja, diese Formel. Gut. Und was man für das tägliche Leben vielleicht nicht so braucht, ist der allgemeine Kepler. Aber fürs Abi, also T Quadrat durch R hoch 3 gleich 4P Quadrat durch G. Und dann die Summe der Massen. Masse von dem einen plus Masse von dem anderen. Den allgemeinen Kepler brauche ich, wenn ich, wenn die, wenn es nicht so ist wie bei der Sonne und der Erde, dass der Mittenstern riesig schwer ist. So. Mit diesen drei Formeln kann ich jetzt die Masse, hier sind wir, genau. Mit diesen drei Formeln kann ich die Masse bestimmen. Vielleicht noch die einfachste Formel der Physik, V ist S durch T. Es bewegt sich ja irgendwas auf dem Kreis, das heißt 2Pr durch die Umlaufdauer. Und dieses R, das ist dann eben, der eine Radius ist das AA und der zweite Radius ist das AB. Also ich bekomme aus den Dopplerverschiebungen die Geschwindigkeiten. Aus den Geschwindigkeiten bekomme ich dann meine Radien. Wenn ich die Radien habe, also diese Abstände, dann habe ich zwei Gleichungen. Erste Gleichung, zweite Gleichung. In diesen zwei Gleichungen sind zwei Unbekannte. Erste Unbekannte, zweite Unbekannte. Und zwei Gleichungen, zwei Unbekannte, das lässt sich prinzipiell lösen. Ist zwar viel Arbeit, aber es ist lösbar. Und damit habe ich die Massen der Sterne bestimmt. Da gibt es eine Musteraufgabe. Musteraufgabe, Seite 127. Die verlange ich aber erst, die machen wir erst nach Corona.